Jesus sagt, wann wir sein Versteht von einer steht, wir möchten in der anderen siedeln. Und eine von unser Vorsteher sagt, wir möchten Jesus ans Master seine Lehrung nügeln. Kraken nirgelt, wo schwörert es für uns, ans Leibetlohn verluten. Wir möchten verluten, in Proven zu leben, an den anderen Lund, wie wir kein Leben, sodass wir keinem Glauben wiebleben. Anse diese Menschen haben all jahre hundert von ein Lund und anderen Lund gesiedelt. Anse Geschicht trägt ans Treibat Europe. Diese Dau, wir leben versträht, aller wegen eber nüden im Sieden. Anse Leben wird schwanger wegen Schleichheiten, nicht genug Lund, in Verstehung von unseren Glauben wegen anderen Menschen. Wenn sich dort erst so fällt, dass wir nicht mehr, wo wir leben hätten, dann zieht wir nur ein Weg, dort wir keine Verdäunung haben für unsere Familie, ein so ein Weg, dort wir kein bei unseren Glauben wiebleiben. Wenn wir in Mexiko, Campeche, Bolivien oder Argentinien treten, wir wohnen in Dorpa mit unseren deutschen Menschen, top. Wir haben an der Inneschule, und dort ist leichter bei unseren Glauben wiebleiben. Wir beraten alles, was wir tun, top so aus einer Grip. Wenn wir in Ontario, Linwood, Elmer oder St. Catharines tragen tun, wir wohnen nicht in Dorpa, wir wohnen versträht manche Weltmenschen, wir hier nicht Spohnasch, und wir seien uns nicht alle da, und wir brücken nicht preis aus. Wir anderen, so aus wir uns verdäunen, merken, wir schochen vor andere, an Schmäden, in Abstaabflecken. Wir lernen in der englischen Sprache reden, wir fallen uns in bitterer Sache ab, die breudere Weh vor in Ontario. Wir stehen von uns im Mann, und nicht mehr in Schlobäcksenbrücken, denn wir vor in Ola-Kauf hat ja. Wir stehen von uns, würden gleich in der Schmäden oder in Farben zu haben, hier in Ontario, aber dort erst nicht mehr liegt, vor dem Mischte. Hier in Ontario, dort ein Schwander-Tub kommt, so aus einer Grip. Wenn dort wir hier in der Ola sein, so aus wir glauben, wird es besser für unsere Familien. So aus wo wir schochen, unsere Kinder in der Schule zeigen, und wo wir sagen für unsere Familien. Eine von unser Dich-Familien stöhnt sich taub, und leitet ihre Dochter Eufje, länger, und wieder in der Schule gehen, und es geht auch. Ich bin Eufje, Hora, ich bin auch mehr trautend von Mexiko, mit meinen Familien, und wir sind in der Waterloo-Region, in der Trocken in 2005. Ich bin 18 Jahre alt, und ich bin zwei von den Jüngsten in meiner Familie. Ich habe zwei Sastren und ein Bruder. Meine Familie nach der Vorne haben, in der Ola-Konische Kartenkartage. Von der Ola-Konische Kartenkartage, ich bin auch in der Schule, bei Walsey-Public-Show. Ich lerne, leise und schreibe. Das ist wenig, aber das ist nicht viel. Ich bin heute, ich bin seit einem Jahr liege, weil es noch nicht viel, aber ich werde das lieb. Ich habe mich, die Jüngste, die Mieke Körger, für meinen Grey-Dach-Teacher. Und ich habe auch das Lieren-Shin gein. Ich bin immer Friert, mit den Unterdrücken, in der Schule. In drei Tagen kann ich auslesen, was ein Schulprogramm ich noch haben will. Ich lerne wie das Beste für mich. Ich lerne, dass ich meine Tische hoffen, wenn ich da. Mama hat mir jeden Morgen in den Baf. Die vielen Schwere Tüten in den Weg, das von mir fehlt. Aber das wird fein, dass ich die Schularbeit tun kann, wenn ich Tüter tüß. In drei Tagen kann ich ein Sauffohnen. Dann kann ich meine Teachers, die Frauen, texten. Das Hauptsache. Ich wollte in den Schwere Tüten, wo ich wirklich mache, die Schultern. Aber meine Eltern sehen, dass ich bloß dort fragt bin. Ich weiß auch, wie ich komme, dann soll ich bloß fragmen. Meine Brüder saßen in den Städten, die Saal hier. Da wird das Schuh, dass ich nie in den Schultern fragt. Ich dachte, wie das Schuh für mich. Ich fühl, dass wir eins von neugiertert mit mir. Von Polen kommen, mit Blüter, an Acupe-Millings-Disaster, die Vodoktaar-Diplomatieren. Hier in Ontario, all den von unserer DT-Mind don't eat well Engelschleeren. Dort haupt uns für unsere Familie Saarien. Anna, hi. Ja, wir haben nicht. Ja, wir können das dann für dich. Danke schön. Nein, danke schön. So, just come on in this way, Anna. Okay, nimm auf die Nürnberg. Lass die Nürnberg, lass die Nürnberg. Lass die Nürnberg, lass die Nürnberg. Okay? Lass die Nürnberg. Hallo, Anna, wie bist du? Fynn, wo der es mit dir? Goud. Ich frage mich, dass du nicht beherst. Danke schön. Wo der es dann beginnt? Oh, gut genug. Sie schlafen noch ein bisschen besser. Goud, sei goud. So, wo der Lisa? Ich weiß, dass ich haar letzte Weg und vorweg träge sein für eine Nürnberg entzündung an ihrer Linke sieht. Das ist nicht besser? Sei erst nicht besser. Goud, sei laut gesund. Sein Fiber nicht mehr? Nee, nicht mehr. Haft sie ihre Tiendale Entzündungsmedicin vorig? Ja, ich habe ihre Olle-Mitzen, sie haft sie an Tiendale oller Utebrück. Sei goud. Goud, geht sie fein eten und trinken? Ja, sie hat fein eten, fein schlugen und fein drehen. Sie spielt fein und sei laut Frau und schafft dich. Okay, sehr goud. Vielleicht kostet ihr ab eine Schaut nehmen und dann wo ich an ihre Uren entzündung sein, ob alles heulen das. Lisa, willst du ab Mama ihre Schaut setzen? Na, jo. Kostet ihr fein holen und ich wo ein Klimaschen checken? Oh, das lacht schmuck. Okay, nu wollen wir den anderen weich drehen und dann wollen wir den anderen Uren entzündung. Kostet ihr in der Beine ein Klimaschen diesen weich drehen? Das ist goud, sehr goud. Okay, dich bin Mama nu. Oh, diesen Uren lacht schmuck. Er hat fein geheilt. Die Uhr ist ganz beter. So, sie wird nichts mehr erfüllen für ihre Uhren, das ist sehr fein. Du hast einen goud, ähm, Job geduhen mit ihrer Entzündungsmedicin geben. Sie soll ganz fein nüßern. Aber wenn du über irgendetwas bedürfst, kannst du auch wirklich zurückbringen. Okay, hast du irgendetwas freund? Ich glaube nicht. Sie ist nur fein und wenn du mal eins vor da hast, dann war ich die Funde. Okay, ich würde mit ihr einfach raufgehen. Ich würde gleich in meine Geschichte über den Bett mit mir teilen. Das ist andere. Ich habe auch lange in Ontario geschauft und darum gesagt, mein Leben hier merken. Mein Name ist Peter Wohl und ich bin 20 Jahre alt, dass ich noch nicht habe. Ich habe nur den, wo ich hier bei Knoll gekommen bin, um die Hörsystem zu schaufen, in der Neuermann. Und in der ersten drei Jahre, wo ich die Hörsystem zu schaufen, so dann habe ich mich auch gut geniw mit Englisch gelegt. Und dann habe ich an die Eingang mit meiner Mechanik-License gelegt. Und dann habe ich mich an die Eingang mit meiner Mechanik-License gelegt. Und dann habe ich mich an die Eingang mit meiner Mechanik-License gelegt. Und dann habe ich mich auf die Appetit Эingang mit der Ent Bryk-License gelegt. Und dann habe ich mich an die Eingang mit meiner GED gelegt. Und dann habe ich mich an die Eingang mit meinem GED gelegt. Ich muss die Proven und Papiere abwiesen, dass ich vier Jahre und alle Mechanik arbeiten und dann werde ich alle Papiere entdeckt werden und alle Fällen in den Namen zeigen. Nach zwei Monaten habe ich einen Brief, wo ich sehe, dass ich eine neue Erfahrung habe und dass ich nicht brauche meine Apprenticeship nenne und dass ich nicht kenne den Tabs geschrieben für meine Mechanik License. Ein Monat nur, wo ich den Tabs geschrieben habe, dann kriege ich einen Brief, wo ich den Tabs gemerkt habe. Und dann bin ich weg, wo ich dort bin, auf dem Weg in der Haus von Drayton, von der Old Knirschichweck. Dann kam ich direkt mehr für euch und dann sagte ich, dass wir für eine Verkaufsendung sein, und das Fernseher wäre ein Shop. Und dann kam ich auf jeden Fall an, dass es eine perfekte Shop sein wäre für meine Business. Ich habe auch noch den Tabs gemacht, weil ich meine Brüder habe, wo ich auch gerne habe, dass ich eine Mechanik License habe. Und dann habe ich auch noch mit dem Tabs gemacht und mit dem Tabs gemacht in der Tabs gemacht. Das ist ja. und dann würde ich da wie Taub uns mit der Dalltaub kriegen und dann mögliche ein Offer und dann ein paar der Lüter dann nimmt er den Offer an und dann wird er ans Schraub und nach, mit dem Falle Arbeit behorst wir haben saß der Werk mehrere Tage nachgeschauf und eigentlich mein Bruder schraubig weiterhaden und dann, dass wir immer das Schmied jetzt abhauen dann fangen wir uns weiter zu fixen Part-time und da direkt nicht lang dann fangen wir uns alle anbekommen zu werden dass wir nicht mehr hatten und wir waren immer besser dann fangen wir uns immer weiter zu schrauben hier oben und sehen uns auch dass wir nicht kommen wir werden dort veranstalt dass wir erst plötzlich mal nicht kommen und dann hier habe ich auch meine Familie geschaufen und dann fange ich auch in den Fall-time mit dem Schraub geschaufen Mein Bruder, ich habe dann noch einmal und hier nur mich halten und dann hätten wir auch noch eine Mechanik-License geschaufen Wo das jene Geschichte von in Ontario wohnen das war und dann, dass wir uns alle anbauen und dann, dass wir uns alle anbauen Untertitelung des ZDF, 2020